Ja, ein herzliches Hallöchen und Willkommen zurück zur nächsten Folge von Bless Unleashed. Ja, ich bin da. Ja, sicher, natürlich bin ich da. Und ja, in der letzten Folge haben wir Segen aufgewertet und mit einer weiteren Quest erledigt. So, dann haben wir Diebe Navara und der Kampf ums Essen. Sammle nahrhaftes Gras auf Kastros Farm. Was? Okay, nahrhaftes Essen. Ja, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen jetzt. Nahrhaftes Essen auf Kastros Farm. Da sind wir ja gerade. So, es geht übrigens jetzt weiter in der nächsten Folge. Na, 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 natürlich. So, nahrhaftes Essen sammeln. Oh, was? Äh, und was soll ich sammeln? Nahrhaftes Essen sammeln. Da haben wir zum Beispiel was. Sammeln. Gras, nahrhaftes Gras sammeln. Okay, ja, muss ich noch schauen. Hier oben haben wir noch was. Nö, das will ich jetzt nicht abbauen. Da ist nahrhaftes Gras. Drei von acht. Luminus Wurzel. Das war ja nicht das Richtige. Da ist das. Vier von acht? Banditenmarodeur. So, weg mit dir. Einmal noch. Zack, tot. Beute, krank der Genesung. Da haben wir wieder ein nahrhaftes Gras. Fünf von acht? Ja, genau bei den Banditenmarodeuren, Leute. Da ist ein 40er. Der wird eh mit allen fertig. Ja, der kackt auch auf die. Ha, Wahnsinn. Nahrhaftes Gras sammeln. Wo ist denn da nahrhaftes Gras, Leute? Ich brauch nahrhaftes Gras. Ja, das ist so der Kampf ums Essen. So, wo ist da weiteres nahrhaftes Gras? Irgendwie, ich weiß nicht. Das soll alles da oben sein? Ja, der... Ich verstehe nicht, warum der noch diese Queste macht. Das bringt denen überhaupt das noch was? Ja, laufen wir mal so. Das ist Luminuswurzel wahrscheinlich. Ja, mal drei. Das soll nahrhaftes Gras sein. Ja, Leute. Aber die sind schon ordentlich zählen. Ja, mach doch was. Werf mit dir. Arrodeur. So, ich... Nehme mal das Gras da jetzt schnell, bevor da wieder wer spawnt. So, sechs Stück. Aber da kann ich looten. Habe noch nicht gemacht. Natürlich looten. Ich bekomme ich Geräusch, Leute. Ja. Will ich... Ich will auf jeden Fall schon zukünftig weiterkommen wieder. Wir haben Jubiläumsfolge. Jubiläum. Wow. Jubiläum. Wow. Leute, wir haben Jubiläumsfolge 40. Weg da mit dir, du Marodeur. Sammeln. Wir haben das Achte. Wir haben es fertig. Kraftvolle Magiekugel. Super. Wir haben eine neue, kraftvolle Magiekugel, die besser ist. Super. Passt. Das ist toll. So. Haben wir das auch einmal. So. Gut. Dann werden wir weiter marschieren. Und zwar... Fangen wir in den Zigan... Dieser Zigan-Lipfisch-Ding hier. Das ist doch nicht gut. Jedes Mal. Jetzt verfolgt mich schon 40 Folgen lang diese Queste. Wahnsinn. Äh, hallo? Also. Diese Pferde hier. So. Ähm. Sirhanes Berührung. Ich gebe... Begebe mich mal da ein... Mich da mal in Sicherheit. Ist das der böse Wurschen auf mich warten, während ich hier drin reinschaue? Taschenerweiterung Schatzkarte. Ähm. Ähm. Verlasse Navarra durch das Pferdemarkttor. Dann werde ich das machen, Leute. Ja, bin ich eh unter... Mä. Ich komme mich da runter, ohne mich zu verletzen hier. Hahaha. Ich habe aber eh... Hä? Warum habe ich... Warum ist mein Hot... Warum kann ich mein Hotkey? Trank, Leute. Da. Habe ich umgestellt. 290 Tränke. Ja. Also da haben wir einiges an Tränke. Das ist cool. Also verlasse Navarra durch das Pferdemarkttor. So. Ja. Das ist die nächste Aufgabe. Das werde ich natürlich auch machen. Wie schaut's... Äh. Schon wieder 7 Minuten um. Warte. Zauberrad. Hey cool. Ich möchte was verzaubern. Kann ich was verzaubern? Das wäre natürlich toll. Ich habe wahrscheinlich alles jetzt in der Küste drin. Rüstung. Äh. Stoffbeinschuss des talentierten Lehrlings. Verzauber ich mal. Verzauberung. Jawohl. Stoffbeinschuss des talentierten Lehrlings. Somit. Haha. Beine. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Kann ich verbessern? Wenn... Äh. Ist ja eigentlich dasselbe, Leute. Ich verstehe das mit dem Verzaubern echt überhaupt nicht. Jetzt schauen wir mal Verbrauchsgegenstände an, Leute. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Kisten. Geschenkschlagstuhl. Stufe 15. Vertrag mit Meisterschneider. Beschwörungsticket. Beschwörungsticket. Tragbarer Chemiestand. Beschwörungsticket Verbesserungshandwerker. Nö. Ja, Zauberrad kann ich jetzt nicht mehr... Ich verstehe das mit dem Verzaubern ehrlich gesagt nicht wirklich. So, dann müssen wir mal... Das machen, was wir machen müssen. Zum Beispiel. Navara verlassen. Durch das Pferdemarkttor. Markeneinlösung. Monsterjäger. Habe ich da eigentlich schon was? Auf ein großes Risiko folgt eine große Belohnung. Zeig mal her, was du hast. Reparaturwerkzeug. Immer her damit. Zwei gleich. Ich habe eh noch 2.600. So kann man sich das kaufen. Nö. Nö. Nur noch 85. Ha. Ah. Reparaturwerkzeug habe ich bekommen. Für diese Steine hier. Ja. So. Fertig. So. Ja. Du hast Pferdemarkttor. Muss ich das verlassen. So, meine Lieben. Ich würde mal sagen... Wir gehen es mit der Hauptqueste jetzt ein bisschen weiter an. Aber ich möchte nebenbei jetzt nachher auch schauen, irgendwann, dass ich diesen Zigarrenlipfisch fange. Ich habe eh 20 Köder. Leute. Ich habe 20 Köder. Da. Reittierhändler. Briefkasten brauche ich jetzt nicht. So. Da muss ich das verlassen. So. Infiltriere das Staubwindlager. Töte den Staubwindanführer und durchsuche seine Habseligkeiten. Leute. Es wird Interestion. Äh, interessant. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. C. V. Ich schaue mir gerade unten rechts das Ganze an. Infiltriere. Das Staubwindlager. Ich gehe mal dahin. Nö. Diese Puma schon wieder. Da muss ich wieder Pumas umlaufen. Ich meine, ich kann zwar kämpfen gegen die. Habe ich eh Chancen. Logisch. Gewinne ich doch. Aber ich will nicht schon wieder so viel. Ich sammle. Sammle. Ein bisschen. Ein bisschen Wurzeln. Die gebende Naturprüfung abgeschlossen. Cool. Und beim nächsten Postkasten schaue ich dann Post. Ich habe Post. Sie haben Post. Lieb. Hirte Zedro. Was hast du da für mich? Hirte Zedro. Seelfeuer in östlicher Navaraparie. Okay. So. Habe ich entdeckt. Super. Also. Hirte Zedro. Servus. Servus. Was schaust du so? Hast du noch nie einen Hirten ohne seine Herde gesehen? Wenn du es unbedingt wissen willst. Meine wurde gestohlen. Von diesen verdammten Banditen weggeschnappt. Welche Banditen? Diese Staubwindbanditen haben alle meine Ziegen entführt. So komme ich nie durch das Jahr. Ich bin ruiniert. Ruiniert. So komme ich nie durch das Jahr. Ich bin ruiniert. Ruiniert. Ich weiß. Du wiederholst dich. Trank dich nicht. Hey. Entführte Ziegen. Ah. Hoppala. So habe ich die Queste nicht angenommen, Leute. Welche Banditen? Ja, haben wir schon. Das ist schrecklich. Ich werde helfen. Suche Hirte Zedros Ziegen. Ah. Super. Äh. Das war meine Herde. Oh. Was? So. Soll ich das machen? Leute. Ich soll seine Ziegen suchen. Such die doch selber, Mensch. Wahnsinn. Echt? Ja, dann mache ich das mal. Suche Hirte Zedros Ziegen. Was? Zedro. Dann mache ich das mal. Und wetten wir, die muss ich dann exkortieren. Haha. Achso, eskortieren. Wetten wir. Ach Gott, Leute. Die muss ich dann sicher eskortieren, die Ziegen. Ich gehe mal dahinter. Die sind aber weit weg. Nö, nö. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin arzt. Ja, mit der Zeit hören sie eh auf. Ja, ja. Ich weiß. Leute, da sind schon viele. Ah, ich bin in der Falle getappt, Leute. Ah. Ah, Leute, da waren die Dienen, Leute. Ja, natürlich. Weg mit euch. Ja, das ist schon eine Herausforderung, weil es wirklich viele sind. Ja, die Ziegen leben nicht mehr, Leute. Seht ihr das? So, da haben wir das. Was haben wir da? Ja, überprüfen. Gegrillte Ziege. Geht so, Hirte Sedro. Ähm, gegrillte Ziege. Ja, die ist nicht mehr da. Die ist nicht mehr da, die Ziege. Es tut mir leid, sie ist tot. Ja, komm, komm, komm. Begleite mich. Dann wirst du aber in eine Falle gelockt. Und schnell laufen, schnell. Ich geh zu Sedro zurück. Oh, Leute. So, deine Ziege hab ich gefunden. Leider gebraten. So, Breriefiecher da. So, deine Gewäste hab ich abgeschlossen. Aber es gibt wieder einiges an Kohle. Also, bisschen was zumindest. Sedri, Sedro. Deine Ziege ist tot. Das geht ja nicht. Servus, Sedro. Ist das meine Ziege? Willst du damit sagen, dass dieses Fleisch von meiner Ziege ist? Verflucht soll sie sein. Eine einzige Ziege ist mein halbes Tagesentgeltwert. Für was für ein Rettungsversuch war das denn bitte? Ich wollte lebendige Ziegen und keinen lebenslangen Fleischvorrat. Aber ich habe Geld bekommen und trank der Genesung. Ja, das tut mir leid. Ja, tschüss. Das war meine Herde. Das war, deshalb, das war meine Herde. Fertigkeitspunkte halten. Super. Gut. Schon wieder 33 im Inventar in der Tasche. Wahnsinn. So, und jetzt? Hier weiter, oder was? Ja, genau. Ja. Weiter zur Hauptqueste. Ja, das war so ein Nebenqueste nebenbei beim Vorbeilaufen. Kurz gemacht. Das Barscht. Servus, du. Zack, und weg mit dir. Beute. Banditen aufnähe, habe ich da wieder einige. So, weg mit dir. Weiter geht's. Weil das sind zu viele. Ich laufe einfach durch. Ich bin Arzt. Weg hier. Muss ich mich da anschleichen, oder was? Der lauft gleich zurück. Lauf zurück. Du bist ein hartnäckiges. Hä? Erfolg. Bin ich benommen, oder was? Was soll das? So. Gut, jetzt bin ich einmal da oben. Und warte einmal, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Äh, weil... Da muss ich jetzt irgendwas infiltrieren, oder was? Infiltriere das Staubwindlager. Okay, dann werde ich das... Ich habe einen Schluck von meinem Kaffee genommen. Ähm, ja. Und stoße gleich auf, auch noch. Das ist ein Wahnsinn. Staubwindanführer. Den muss ich töten, Leute. Boah, der ist aber stark, Leute. Ja, es ist schön, dass ich da wieder hin und habe wieder alle Leben. Leute, das ist doch Grotten. Ich kann nicht wupfen. Komm, ja, ab zu mir. Nein, nein. Jetzt geht der wieder da hin und hat alle Leben. Ja. Weg mit dir, Staubwindlandführer. Der ist gleich hinüber. Ja, Staubwindanführer. Staubwinken, was? So, Partitenanführer. Schlachtplan. Super. Bring Marco Mord da außerhalb der Staubwindlager aus dem Schlachtplan. Ja, jetzt habe ich den Schlachtplan gestohlen. Und ich kann auch sammeln. Jawohl, danke schön. Und eine Luminuswurzel nebenbei halten. Das ist ja... Und... So. Oh, Gott sei Dank haben wir den geschafft. Der hat erst zweimal zurückmarschiert und hat sich das Leben wieder aufgeheilt. Finde ich komisch. Naja. So, die Folge ist jetzt vorbei. Wir bringen uns da quasi noch in Sicherheit, ehe ich da jetzt die Folge beende. Jo. Tschüss. Ja, folgt mir halt. Folgt mir. Ist mir doch egal. Da ist Marco Mord da. Den muss ich das bringen. Aber erst, wenn ich außerhalb der Ding bin. So. Und ja. Ich würde mal sagen, dann beende ich diese Folge. Meine lieben Leute von heute. Und wir sehen uns dann. Ja. Ich glaube, ja. Dann morgen wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Game over. Und ciao.